Guten Morgen meine Damen und Herren, hallo und Grüße an alle Zuschauer und Follower des Alphanobem Portals und der World of Value. Wie regelmäßig fast jedes Quartal wird es auch in diesem Quartal ein wirtschaftliches Grußwort von mir geben und Sie können schon sehen daran, dass ich es mache, dass ich auf dem Wege der Genesung bin und es mir schon sehr viel besser geht. Ja, in Summe an der Stelle darf ich mich auch bedanken für all die wirklich fast 5000 Genesungsgrüße und Wünsche, die ich bekommen habe und darf sagen, dass das mir sehr geholfen hat und eine große Stütze gewesen ist. Vielen Dank an Sie alle. Ja, zur wirtschaftlichen Lage, die wahrscheinlich weniger gut ist als meine gesundheitliche. Also das Land ist nicht gesund. Man könnte eigentlich, wenn man so mit Lauriot sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Ja, blöderweise ist sie auch ernst. Wir haben eine Bundesregierung, die den Ernst der Lage allerdings nicht erkennt. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der es schafft, die Lage zumindest in seinem eigenen Kopf mit dem Satz schön zu reden, dass die Lage nicht schlecht ist, nur die Zahlen seien es. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der Mann zweimal den gleichen sprachlichen Fehler macht, nachdem er schon gesagt hat, die gehen nicht pleite, die arbeiten nur nicht mehr oder die produzieren nur nicht mehr. Also er scheint darauf zu bestehen, dass diese Art von kognitiver Dissonanz, humoristischer kognitiver Dissonanz zu seinem Markenzeichen wird, so wie andere Politiker in der Vergangenheit andere daneben gegriffene Sätze zu ihrem Markenzeichen machen wollen. Also Habeck arbeitet an seiner Marke. Währenddessen geht die Marke Deutschland den Bach hinunter. Die Massenentlassungen haben begonnen, das worauf alle gewartet haben. Also immer mehr Konzerne verlegen Produktion ins Ausland, zum Teil in die Vereinigten Staaten, aber zum Teil auch ins nähere Ausland. Nach Polen, nach Tschechien, nach Benelux, in die Schweiz, nach Österreich, nach Ungarn. Das sind die bevorzugten Fluchtländer der Industrie und des Mittelstands. Und nicht Zehntausende, sondern mittlerweile Hunderttausende von Arbeitsplätzen wandern ab. Das heißt, die Frage, wann wir hier wieder Massenarbeitslosigkeit haben, ist nur eine Frage der Zeit. Und das liegt nicht an der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage, die ist auch nicht super erfreulich, aber im Vergleich zu Deutschland ist sie Gold, im wahrsten Sinn des Wortes. Es liegt an der grottenschlechten, grottenfalschen Wirtschaftspolitik dieser Ampelregierung und an dem unbedingten Willen, den eingeschlagenen falschen Weg aus Trotz, aus Besserwisserei, aus Arroganz und aus sonst anderen Eigenschaften, die alle nicht vorteilhaft sind, zu Ende zu gehen. Und insofern kann man nur sagen, das wird nicht sehr gut gehen in den nächsten anderthalb Jahren. Denn ich gehe davon aus, dass die Ampel noch bis zum Ende der Legislaturperiode durchhält. Der Wille auf die Ministerpension und zwar auf die volle Ministerpension bei allen Beteiligten ist bei weitem zu groß. Auch wenn ich überzeugt bin, dass irgendwann eine Regierung drankommt, die diesen Minderleistern ihre Pension wegnehmen dürfte. Aber für die nächsten anderthalb Jahre ist eigentlich angesagt ein Überwinterungsprogramm. Das heißt also, wer nicht das Land verlassen kann als Unternehmen und als Unternehmer, als Selbstständiger, dem bleibt eigentlich nur übrig, jetzt in eine Art Winterschlaf zu gehen und sein Unternehmen so einzumotten und so quasi in einen minimalen Kostenmodus zu bringen, dass es irgendwie bis zur Wende, die ganz sicher Ende 2025 mit den Wahlen im Herbst 2025 kommen wird, durchhält. Und die einzige Frage ist, welche Art von Regierung und welche Art von Wende dann im Anschluss daran noch kommt. Ja, also was kommt 2025? Die Kernfrage ist im Moment nicht zu beantworten. Alle wissen ja, dass ich selbst die Hoffnung hatte, hier an einer Wende zumindest programmatisch sinnvoll mitzuarbeiten. Diese Hoffnung hat sich jetzt erst mal zerschlagen. Ich kann also nicht sagen, was da rauskommt, aber ich bin überzeugt, dass die Ampel es schaffen wird, bis zum Herbst 2025 die Mehrheit der Menschen so massiv gegen sich aufzubringen, dass sie abgelöst werden wird. So oder so. Die Frage ist, bekommen wir dann eine Regierung, die weiter wurstelt? Bekommen wir also eine CDU-geführte Regierung, die weiter wurstelt oder bekommen wir eine andere Regierung, die nicht weiter wurstelt? Die Frage ist im Moment noch offen. Es hängt wahrscheinlich in erster Linie davon ab, wie wütend die Bürger sein werden, wenn in den nächsten anderthalb Jahren ihr Wohlstand weiter eingebrochen sein wird. Ein Prozess, der in vollem Gange ist. Was haben wir an Entwicklungen hinsichtlich der Kapitalanlage? Diejenigen, die im Alphanovum die Portfolien betrachten, haben ja schon feststellen können, dass von mir Anfang Dezember veröffentlichte Portfolio performt sehr ordentlich. Jetzt mit plus 9,9 Prozent, also fast zehn Prozent in drei Monaten auf einem sehr guten Pfad und das bei extrem geringer Volatilität, also deutlich geringerer Volatilität als an den Aktienmärkten DAX, MDAX oder MSCI. Die Mischung ist ja allgemein bekannt. Da sind Rüstungswerte drin, da sind Lebensmittelwerte drin, da sind Pharma-Werte drin, allerdings keine Impfwerte. Da sind Goldminen drin, da sind Big-Tech-Unternehmen drin und da sind vor allen Dingen die Unternehmen drin, die die Grünen hassen, also braune Energy, Öl, Kohle, Gas, Uran etc. Wie geht es da jetzt weiter? Zunächst mal ist meine Beobachtung, dass die Phase der Kriegstreiberei zwar im Moment ihrem propagandistischen Höhepunkt entgegenstrebt, dass aber auf der anderen Seite die Lage im Kriegsgebiet sehr, sehr schlecht geworden ist für die Ukraine. Der Rückzug aus einigen Gebieten, wo man gesagt hat, man macht jetzt einen taktischen oder strategischen Rückzug oder wie auch immer, war mit extremen Verlusten verbunden. Das sieht nicht so aus, als würde man den konfrontativen Kurs ad ultimum fortsetzen können. Und insofern glaube ich, dass es jetzt an der Zeit ist, in den nächsten zwei bis vier Wochen darüber zu entscheiden, in dem Portfolio die Rüstungswerte zu reduzieren, zumindest mal die Gewinne mitzunehmen und dann sich zu überlegen, was mit den freigewordenen Mitteln zu tun ist. An dieser Stelle werde ich, beziehungsweise an der Stelle im Alphanobo-Portal werde ich rechtzeitig darüber informieren, wenn es da zu einer Umschichtung kommt. Und für diejenigen, die in den Pharmawerten sich nicht an meinen Rat gehalten haben, nämlich Pfizer zum Beispiel nicht zu kaufen und es entgegen meinem Rat immer noch im Portfolio haben und damit in den vergangenen Monaten und Quartalen sehr viel Verluste erlitten haben, rate ich jetzt spätestens auszusteigen. Diese Aktie wird sich nicht erholen. Warum nicht? Weil immer mehr Länder dazu übergegangen sind, jetzt eine Aufarbeitung der Corona-Episode anzustoßen. Auch wenn es in Deutschland nicht passiert, Deutschland ist in dieser Sache nicht wirklich bedeutend. Immer mehr Länder tun es, sogar in Kanada die ersten Provinzen, in Australien passiert es, in Neuseeland passiert es, in Thailand passiert es, in einer Reihe von Schwellenländern passiert es. Diese Aufarbeitung wird dazu führen, dass die ungeheuren Regelverstöße, die dort begangen worden sind, bei der Zulassung und die Korruption, die damit einhergegangen ist, aufgedeckt werden wird. Das wird das Ende dieses Unternehmens sein. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Dieses Unternehmen wird die Aufarbeitung nicht überstehen. Dieses Risiko wollen Sie nicht in Ihrem Portfolio haben. Also nochmal raus aus allem, was sozusagen mit der Covid-Impfung im Zusammenhang steht. Nicht nur Pfizer, auch alle anderen Impfunternehmen, die auf die Schnelle, was auf den Markt gebracht haben, wo andere erfahrene Unternehmen, die in dem Bereich Impfung schon seit Jahrzehnten Weltmarktführer sind, gesagt haben, man kann das nicht in dieser Kürze der Zeit machen. Das ist gefährlich, daran beteiligen wir uns nicht. Jetzt wird die Rechnung an den Kapitalmärkten serviert. Ja, das wäre eigentlich so im Wesentlichen die ökonomische und börsentechnische Sicht, die ich kurz darlegen wollte, was mich zum letzten Teil meiner kurzen Präsentation führt, nämlich zu der Frage, wie geht es weiter mit dem Gold? Sie alle wissen, ich arbeite am Unternehmen Gold Revolution und da gibt es auch schon eine Landingpage. Leider ist es da durch die schwere Erkrankung, die ich hinter mich gebracht habe, zu Verzögerungen gekommen. Aber die Arbeit daran wird in Kürze wieder aufgenommen werden. Also wir haben etwa sechs bis acht Wochen verloren. Das werden wir aber wieder aufholen, davon bin ich überzeugt. Und das Konzept ist nach wie vor stimmig und jetzt mit meiner Genesung werde ich mich wieder ganz und gar dem widmen und zwar mit voller Kraft, was natürlich auch noch dadurch befördert wird, dass ich, wie Sie alle mitbekommen haben, mich letzte Woche aus dem politischen Feld zunächst mal deutlich zurückgezogen habe und auch nicht im Moment die Absicht habe, das wieder aufzunehmen. Es wird also bei Gold Revolution bleiben und ich freue mich, Sie dort bald auf einer sehr umfassenden News Page, an der im Moment sehr intensiv gearbeitet wird, begrüßen zu dürfen und lade Sie außerdem auch noch mal ein, auf Alphanobum sich zu registrieren. Dort können Sie mein Portfolio, das recht gut performt, selbst in Augenschein nehmen und auch sich davon überzeugen, dass es nicht nur eine gute Performance in absoluten Zahlen ist, sondern dass auch die Volatilität sehr gering ist. Natürlich wird es nicht so sein, da muss man sich keine Lesion machen, dass diese Performance übers Jahr durchgehalten werden wird. Da wird es Rückschläge geben, aber in Summe war es erst mal ein solider Start und wir werden uns dieses Portfolio jetzt in den nächsten zwei bis vier Wochen sehr intensiv anschauen und nach den gesamte ökonomischen und makroökonomischen und politisch ökonomischen, geoökonomischen Fragestellungen durchleuchten hinsichtlich der Zusammensetzung und der Gewichtung. Bis dahin freue ich mich, Sie bald wiederzusehen und sehr eine herzliche Grüße, Ihr Markus Krall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.